Wir haben sogar noch ein bisschen was an Zeit. Wir haben ja Zeit, haben wir. 10.000! Okay, Moment. Ihr möchtet mich entschuldigen? Ich würde gerne noch einmal spielen, um doch mal ein paar 10.000 Sitzbekommen. Also ich schreie es ja fast, dass man sagt, hey, ja verdammt, ist jetzt keiner da. Dass ich mir sage, hey, ich lege mir einen neuen Hangar zu. Dass wir ein paar mehr Roboter haben können. Aber zuerst muss die Akira stehen. Und das wird auch die 100. Folge sein. Mal gucken, 2 haben wir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber ich glaube, nach der Aufnahme muss ich ein bisschen aufpassen. Nicht, dass das jetzt schon die 100. war. Falls ja, mache ich einfach eine,5.000, eine,8. Scheiß drauf. Vergründet wird es das auf jeden Fall nicht sein. Dafür werde ich sorgen. Fast, fast. Mal so verkehrt. Oh, komm schon, das war doch ein Treffer. Du kannst mir vieles sagen, aber das war einer. Na gut. Ah, die werden dahinten blickgeraubt. SMG-Tank spottet. Ja, SMG-Tank spottet. Ich will hinter die Feindlichen reinkommen. Aber jetzt sind immer überall Bomber da, wo ich es vorhin gebraucht hätte. Mit meinem Flugzeug waren gar keine da. Oh, 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 ouch. Das hat jetzt weh. Das war zu hoch. Das war definitiv zu hoch. Der fliegt aber auch in der Kurve. Hey, Heidewitzka. Das ist definitiv auf mich abgesehen. Will ich auch auf ihn. Das bitte nicht wissen. Oh, dankeschön. Na, komm schon. Denk zu hoch. Das wird auch nichts werden. Aber das müsste was werden, eventuell. Ja, ein bisschen. Nein. Das akzeptiere ich nicht. Das kann doch gar nicht möglich sein. War meine Kuppel oft noch oder was? Oh, komm, das ist doch... Das ist ein, kenne ich irgendwoher. Das kenne ich nur zu gut. Das hat ja ein paar mehr Flügel, der an sich. Ja, das kenne ich auch nicht schlecht. Können wir noch gewinnen? Ja, nicht wirklich. Okay, komm. Exit. Exit, nach so viel gebaut, wie ich Action sehen. Action! Du hast noch ein bisschen was bekommen. Autoröpferd, danke schön. Und weiter geht's. Das könnte man nicht sagen, nach jedem Kampf. Also, wenn wir uns zu den Medics-Sachen nochmal zurückkommen und zu diesen nicht vorhandenen Rebellion, Autokosten. Das könnte man sagen, gut, man wartet, bis der letzte, kurze, unzerstört zu sein ist. Da breit er hoch und zerstört ihn dann. Sprich, man hat es gut wie gar keine Lust. In Sachen Geld. Ja, ich glaube, das wollen sie damit... Erz-Ridot-Reagan, was ich damit ein bisschen entgegenwirken, finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Und warum spielt er diese Karte? Die mag ich nicht. Ich habe wenigstens Sieg-Chancen. Was ist der da hinten? Der braucht ein bisschen hochzukommen, irgendwie. Ach komm, fahr mal mit ihm hier mit. Kann nur gut ausgehen, wenn wir mit einem einzigen vorhanden gehen, der Rest der Armee ist irgendwo ansonsten Weg. Ich frage mich gerade hier, wo ist denn die Flugzeuge? Ich warte nur darauf. Ah, wo ist es doch da hinten? Welche? Da ist niemand. Da ist... Oh, hallo, Hover. Tschüss, Hover. Oh, boah, Hover. Ich habe noch ein anderes Spiel bekommen. Oh, Hallöchen. Moment, Moment, ich habe mal gleich. Dankeschön. Danke, dass du über die Kubel geguckt hast. Hallo, könntest du eventuell von meiner Schussbahn weggehen? Dankeschön. Endlich mal. So, oder? Damit kann ich jetzt auch mal ein bisschen Schaden anrichten. Oh. Nicht so viel, wie ich gerne anrichten würde, aber na gut. Oh Gott, da muss ich husten. Okay. Bin immer noch nicht ganz hundertprozentig fit. Deswegen, Entschuldigung, falls ich irgendwo mal vergessen sollte, mich zu muten oder sonst irgendwas, um die Huste auszumachen. Ich will einfach nur Karten-Content schaffen. Yippie! Volltreffer. Thank you, dude. You're welcome. You are very much welcome. Oh, der ist hier anwesend, ist natürlich noch besser. Na, FK-Spieler. Und da hinten wird noch geschossen, aber, kann ich mal sagen, das sollte mich nicht mehr interessieren. Ich nehme einfach nur noch einen. Hier kommt uns aber ganz schön gelegen, kommt er uns. Hallöchen! Na, ein bisschen mehr noch darüber. Bisschen mehr, nein, nicht mehr so rüber. Na, nicht ganz, nicht ganz. Ach, der ist hinten schon wieder an der Scheibe dran. Na, herrlich aber auch. Kein Wunder, dass ich den nicht sehe. Wenn du jetzt so rüber? Auch nicht. Oh Gott! Ach, verdammt nochmal! Hat der doch noch was aus meiner Panzerung rausgebasht, der Hund? So nicht, mein Freund. So nicht. Krieg ich viel Geld? 5000, oh, cool. Also, so mag ich das doch ganz schön gerne, du. Ganz schön gerne, du. Damit steht dem Kauf und dem etwas breiteren Umbau, der Akira eigentlich so gut wie nix mehr weg. Auch stimmt, das Video, das muss ich auch noch machen. Okay, das Icon daneben steht, zeigt, was ist für eine Panzer, ist Dreieck, ist Sniper, Rechteck durften wir eigentlich sein. Artillerie? Nein, das ist Laser. Dann ist der Kreisartillerie, oder? Ja, definitiv. Achso, wir müssen ja da rüberschießen. Stell ich gerade fest. Ja, aber dann sind die ganzen Bomber. Weiß nicht, ob ich da hin möchte. Gott, schon wieder so viele davon. Ah, Hallöchen. Als würde er sich da oben in Sicherheit bringen, oder was? Oh, Mann. Feigeling, Feigeling, Feigeling. Ach, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich hasse es gegen so viele, gleichzeitig kämpfen zu müssen. Nicht ganz, nicht ganz. Aber dich krieg ich noch, dich krieg ich noch. Autsch, sag mal, der kriegt immer mich. Das würde wahrscheinlich nix werden. Ich habe auch, verdammt noch. Eins, Hallöchen. Real Tank spottet. Dankeschön dafür. Ein bisschen zweit hoch, hä? Nach vorne? Möchte ich nach vorne fahren? Achso, ich bin die ganze Zeit verkehrt rum. Oh, okay. Das sind jetzt einige. Jetzt bin ich wieder richtig rum. Das muss man mir aber auch erst mal sagen. Hä? Markiert, womit ich markiert. Das muss doch erst mal einer da sein. Oh, Gott. Komm schon. Verdammt. Diese elendigen Plasma-Bomber. Ach, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Gott, der ist da hinten umgeschnitzt. So, bitte bitte. Nein, 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 nein. Ich habe zu tun, ich habe zu tun, ich habe zu tun. Du kannst mich doch nicht einfach so... Ach, Mann, oh. Plasma-Bomber spottet. Ah, warum? Warum? Erkläre mir, warum du so etwas zu mir antun möchtest. Okay. Er ist ein Sniper und er ist verdammt nah dran und trifft trotzdem irgendwie gar nichts. Some awesome, bitte. Oh, wir haben ein Ge... Komm schon, jetzt schieß. Ja, 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 ja. Wunderschön. Nochmal, genau, ja, herrlich. Oh, ich nehme es ruhig gerade gar nicht. Wirst du ihn bitte abschießen? Kümmer dich um ihn. Kümmer dich um... Oh, vielleicht dein Heck. Dein Heck dahinter, 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 dahinter. Eventuell Team Victory? Was? Ja, du hast ihn noch gewonnen? Oh, Gott. Hey, wäre es Reparaturkosten, würde ich alter schon. So. Wie viel bekomme ich denn? Ah, 50. Das ist nicht viel. Komm. Machen wir ein letztes Abschlussspiecheln. Da wird es die Folge 900... Äh, 90, weil ich... Oh, Gott. Drei Stück. Ah. 15 Punkte extra für mich. Juppie, juppie. Ich freue mich auf das Extra-Geld. Oh, der hat einen geilen Fieger. Da muss ich mir was angucken. Nein, lass mich nach hinten, lass mich nach hinten auch. Fucking goodness. Ich möchte dir die Bälle anschauen. Entschuldigung. Puh. Puh. Wie ist denn die ganzen... Ei, 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 ei. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das gefällt mir. Und ein... Wie viele Medic-Laser hat denn der schon? Okay, ich fliege auf jeden Fall mit der Kavallerie. Denn ohne zu... Es war so klar, dass da hinten eine Bombe ist. Habe ich hinten... Nein, ich habe natürlich nicht. Ist ja ein bisschen zu dreist gewesen, wenn ich das produziert hätte. Lass die Lacer ihre Arbeit machen. Ich werde schauen, ob ich hier eventuell was abgreifen kann. Nope, da ist nix, da ist nix. Ich glaube, wir sind ein bisschen auf der falschen Seite, die Jungs. Da ist keiner. Oh, Hallöchen. Oh, Dankeschön, Dankeschön. Ich hab' zu hoch geschossen, zu hoch geschossen. Kommen wir gleich, kommen wir gleich. Komm schon. Ah, nein, lass mich, lass mich doch. Oh, Mano. Es ist so gut ausgehen können. Ist das tot? Haben wir es geschafft? Weil die ist wirklich einfach nur dorthin, ohne Schaden ergelegt zu haben. Das war ja schön. Da hinten ist einer, da hinten ist einer. Den möchte ich, den möchte ich. Oh Gott, den töre ich jetzt. Komm, 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 komm. Der schaut schnell aus. Der schaut noch mal. Ich möchte ihn mehr klauen. Ja gut, er ist weg. Irgendeiner muss doch hier noch am neben sein. Ich will Schaden anrichten. Ich will mich noch einmal erwischt. Ist hier halt dafür, dass du die ganze Zeit so mies zu mir warst? Verdammt, dummer Leck. Na gut, dann hat er eben nicht. Hier irgendwo was? Irgendwas abgeschossen? Nicht mehr wirklich. Komm, repariert mich. Repariert mich, meine Freunde. Meine Weg, meine Weg. Autsch. Oh Christ's sake. So, haltet ruf. Fuck, ich wollte eigentlich nur... Einen Schuss habe ich getroffen. Einer war ein Treffer. Noch mal ein paar Treffer. Jetzt ja noch mal ein paar Treffer. Der mal verschwinden wurde. Dankeschön. Ah, danke. Du bist auch zu schön geworden. Okay, ich habe zumindest ein bisschen Schaden angerichtet. Und komm schon. Ah, ein bisschen höher, ein bisschen höher, ein bisschen höher. Auf der richtigen Höhe. Aber nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Nein, ach man. Na gut. Dann muss es hier also so enden. Mit einem Sieg, aber ich glaube nicht so viel Geld. Oder etwa doch? 5300 läuft, gefällt mir. So, L5, können wir doch noch irgendwas machen, oder? Natürlich können wir das einmal hier, den Laser. Sweet. So, irgendwas? Nein? Der ist ihm, der ist sechs. Hier haben wir noch zwei Waffen. Die Waker hat einflussig. Wir haben noch ein bisschen was vor. Aber das ist heute gewesen sein. Ich muss erst mal schauen, wie viel folgendes überhaupt ist geworden sind. Bis dato. Aber hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen. Denkt an eure Föderationsschiffchen. Bis dato. Macht es gut und weh mal. Tschüss. 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 Tschüss.